UNTERTITELUNG Wogegen soll man eigentlich heutzutage rebellieren? Die Leute sehnen sich nach was Großem. Nach einer Idee. Und wenn die kommt, machen alle mit. Ihr seid also der Meinung, dass die Diktatur in Deutschland nicht mehr möglich wäre, ja? Auf keinen Fall. Jetzt sind wir viel zu aufgeklärt. Spürt ihr das? Das ist die Kraft der Gemeinschaft. Was ist denn noch wichtig in einer Diktatur? Disziplin, Herr Wenger. Macht durch Disziplin. Wir feiern heute eine kleine Strandwarte. Kommst du mit? Will? Und als Welle-Mitglieder. WELLE! Das ist unser Zeichen. Wie eine Welle werden wir die ganze Stadt überrollen. Was hast du eigentlich gegen die Welle? Mensch, Marco, mach doch mal die Augen auf. Die Welle entwickelt sich zu einer echt komischen Sache. Was machen Sie da? Herr Kohler, glauben Sie mir. Sie sollten mal sehen, wie die Schüler aus sich rauskommen. Die sind wirklich hochmotiviert. Wie kommt ihr dazu, unser Zeichen zu versprühen? Keine Ahnung, wovon du redest, du Striche. Renn nur um dein Leben und euch blaust dir deinen Hirn weg. Nimm die Pistole runter. Tim! Du hast die ganze Sache nicht mehr unter Kontrolle? Überhaupt nicht mehr? Frau Wenger, Sie können ja jetzt nicht weinen. Sag mal, spinnst du? Frau Wenger, es geht nicht. Stopp die Welle! Stopp die Welle! Stopp die Welle! Du genießt es, wie sie dich vergöttern in deinen Unterrichtströmen, die an den Lippen hängen. Der will euch alle manipulieren! Du musst es abbrechen! Sofort! Sagt mir nicht, was ich machen soll, okay? Du holst mir nicht aus und schlecht. den bphinst du. Ding! Wie machen wir das, was unser Zeichen zu Двоcken? Wenigst da? heroic! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020